Willkommen zurück, Commander. Die Kamera läuft noch? Darf ich jetzt mit einem Kreuzer den Rhein raufschippern? Achso, da ist jetzt Chronosphäre, oder Schattengenerator, da ist Chronosphäre. Aber mit viel zu wenig Kontrolle. Wir hatten einige Verluste. Aber haben Sie diese Kontrollprobleme gelöst? Darum geht's ja beim ganzen Projekt Chronosphäre. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich wollte, dass Sie das hier sehen, damit Sie verstehen, wie wichtig Ihr nächster Auftrag ist. Ja, klar. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Erstmal speichern, dann muss ich noch mal ein kurzer Pörschchen machen. Mal kurz, äh, ade sagen. Hoffentlich kriege ich jetzt Zugschrauber. Die sind einfach stark. Wahrscheinlich sind sie jetzt nicht stark. Aber eigentlich sind sie sehr stark. Ja, wenn die Zeit läuft, finde ich das schon wieder super gut. Äh, alliierten speichern, haben wir einmal gespeichert. Wunderbar. So, bin sofort wieder da. Jetzt Content. Okay, jetzt muss ich nochmal ein bisschen anschlagen. Ich weiß, ob das hier wie viele davon fühle ich einselfört. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann ich mit der Bauung durchfahren? Einfach durchfahren Komm, fahrt jetzt einfach alle mit hier runter Ja, kein Strom mehr am Start, ich merke schon Ok, und ich muss jetzt einfach nur die 42 Minuten überleben, oder was? Ey, du darfst hier, was ist los? Du darfst hier gehen und hier, Rackboards bauen, was ist denn los? Strom Ey, komm schon Bau hoch, schneller mit mir Tschüssüss, ihr fahrt auch mal hier hin Wahrscheinlich nicht so gut, wenn die da hinfahren In Ordnung Wird gebaut In Ordnung In Ordnung Ja, Sir Energieniveau kritisch Kann ich große Kraftwerke bauen? Oh, cool Puh Puh Einheit bereit Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt Wird gebaut In Ordnung Bestätigt Konstruktion abgeschlossen Wird gebaut So, war das hier Einheit bereit War das damit? Weiß da keiner? Kann man kaputt machen? Soll man kaputt machen? Soll man einnehmen? Bereits genommen Abgeschlossen Unser Schlitzpunkt wird angekommen Ja, Sir, gestetigt Wird gebaut Gestoppt Abgebrochen Komm, wo sind denn meine? Ich hasse das, wenn ihr so Ja, Sir, Ja, Sir Konstruktion abgeschlossen Wird gebaut So, hier mal schnell irgendwie ein bisschen versuchen Rein zu kommen Ich würde jetzt einmal eine Konstruktion abgeschlossen Einheit bereit Ah, okay, gut Wahrscheinlich so Zusatz-Zier mäßig oder was, ne? Wird gebaut Gestoppt Wird gebaut Gestoppt Am besten hier oben das Erz oder sowas Schonmal schnell einsammeln, ne? Hier ist auch noch Erz Okay, da kommen sie auch schon wieder Mein Gott, geht weg ihr Ich hasse dich Ich hoffe ich hab Hubschrauber Hier kommen die wahrscheinlich Landen die wahrscheinlich genauso Oh, Mammutpanzer, ehrlich jetzt? Natürlich Ja, sehr, 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 sehr Ich weiß an Ah, sie ist Sommler, ja, Sir Bestätigt, ja, Sir Konstruktion Ah, da kommt auch noch mal Mammut Neubauoption Ah, geschützt Stürm Wo kommen die überall? So, da oben kommen sie auch schon wieder Hier Da bräuchte ich dann Panzer Da bräuchte ich dann Panzer Einheit bereit Transpizierung geschlossen Aber was wir hier vertehlen Bestätigt Ihr Einsatzbar bestätigt Ihr Einsatzbar Ihr Einsatzbarzeug Ah, da ist schon alles wieder verloren Wunderbar Da drauf Ja, Sir In Ordnung Ahhhh Hier Einsatzbarzeug Meldewichtige in Ordnung Ja, Sir In Ordnung So, komische Deko Was meinst du zur Deko? Abgeschlossen Wo da hin? Was kommt da? Okay Das sieht ganz gut aus Dann da noch ein paar hinbauen Wird gebaut Noch nen Sammler Sicherheitshalber Konstruktion abgeschlossen Wird gebaut Ich würd gerne eigentlich mal durchgucken, ne Wo die sind Hier einen Ort zurück In Ordnung Oder die ganze Map mal frei haben Die haben wahrscheinlich keine Base hier, oder? Geh ich mal davon aus Ah, da kommen sie schon wieder In Ordnung Jawoll Einfach Unser Stützpunkt wird angegriffen Wird gebaut Ihr Einsatzbarzeug Bestätigt Ich brauch noch mehr Strom Was meinst du mit komischer Deko? Komm, Bau schneller Konstruktion abgeschlossen Wird gebaut Melde mich wie befohlen In Ordnung Ah, da kommen sie auch schon wieder Da hab ich jetzt natürlich auch wieder nichts stehen Ja, so Sehr gern Konstruktion abgeschlossen Einheit verloben Ah Einheit verloben Wird gebaut Wird gebaut Noch 30 Meld mich wie befohlen Bestätigt Komm, geht auf den Konstruktion abgeschlossen Wird gebaut Wird gebaut Unzureichende Finanzbeding Wird gebaut Unzureichende Finanzbeding So, jetzt schon Pleite Okay, da oben haben die tatsächlich ne Basis Einheit verloben Einheit verloben Einheit verloben Einheit verloben Gas zu Das heißt, wenn ich hier zu mache Brauche ich den nicht Ah, Duis meinte, dass das Radar Deko ist Achso Okay Ich hatte was darüber gar nicht verlesen Wird gebaut Gestoppt Abgebrochen Melde mich wie befohlen In Ordnung Jungen, jungen, jungen Stress, stress, stress Am besten noch ein Sammler, wa Am besten noch einen Und da oben wird vielleicht schon mal abgrasen Nebenbei Konstruktion abgeschlossen Bereit zum Einsatz Sehr gern Ah, da kommen sie auch schon wieder Wird gebaut Da kommt auch schon wieder ein Mammut Ja, Sir In Ordnung Unser Stützpunkt In Ordnung Komm Liefer ab, liefer ab, liefer ab Liefer doch ab Ah, mein Gott Melde mich wie bestätigt Konstruktion abgeschlossen Hier Einsatzfahrzeug In Ordnung Ja, Mann Wird gebaut Wird gebaut Danach mal noch ne Konstruktion abgeschlossen Noch ne Raffinerie Wäre ich glaube ganz sinnvoll Bisschen Strom muss ich dann auch wieder noch dazu packen Die kommen die letzten Minuten dann auch noch mit irgendwie Keine Ahnung Einheit verloren Oh, wo habe ich Einheiten verloren? Äh, mit Atomoboten Ah ne, Quatsch Kann ja gar nicht Atomobote können sie nicht kommen Weil die gab es ja erst im Gegenschlag Aber ich muss wahrscheinlich hinterher die Basis zerstören Ich bin ziemlich sicher Ich brauche jetzt mal ne schlagkräftige Einheit hier Ich habe immer noch Keine Hubschrauber Keine Hubschrauber Ne In Ordnung In Ordnung Ja, hier wird wahrscheinlich jetzt gleich schon Testauspule kommen Ne So, bzzz In Ordnung Jawohl Ja, okay, da ist den hier Sammler schonmal Jawohl Lauf halt genau vor ihm dann Schon richtig so Hey Oh shit Oh shit Oh shit sofort was machst du so in den ersten Schlachtschiffen ja gut Schlachtschiffe wer sagt wenn die Schlachtschiffe dann zerstören wenn ich nichts anderes habe werde ich es wohl zerstören kommt schon Laufgaben weg ja genau deswegen Strom Junge 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 konstruktion abgeschlossen wird gebaut ja,sir bestätigt ja,sir bestätigt konstruktion abgeschlossen melde mich wie bestätigt ich konnte nicht da drauf oh man was kommt da Mammut steht schon wieder bereit super du sollst da drauf gehen du Pfeifenkopf oh was ist denn da mal ganz schnell da hinfahren wird gebaut wird gebaut hier ist auch noch Erz und hier ist auch noch gutes Erz wie kommt man da hin konstruktion abgeschlossen so,wieder Strom dann kommt noch eine Waffenfabrik dann ja,panzer Panzer 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 das ist die beste Aufgabe denke ich und dann gucken wir ob man denen ihre Bestätigt Einheit bereit Konstruktion abgeschlossen wo haben wir 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 oder hab ich irgendwas nicht gebaut ich hab alles gebaut glaub ich oder Das heißt, wenn ich Hubschrauber kriegen könnte, müsste ich die dann jetzt auch kriegen, oder? Wenn die Parabombs mal so krass wären, bei ihm selbst. Wenn die mal da auch so krass wären. So, jetzt kommt nur noch Panzerbauen, Panzerbauen, Panzerbauen. Ja, da kommen sie schon. Ihr wartet schon? Okay. Ja, ist da kein Problem. Grundschirm am Flug. Sind denn auch auf jeden Fall Leute da, sodass das auf jeden Fall Sinn macht? Das wäre ja dann ja echt cool. Ja, auf jeden Fall, dann werde ich jetzt hier mal speichern. Zoom bin ich ja eigentlich eh schon ein bisschen drüber. Und am Mittwoch geht es dann weiter. Mit der Kampagne. Wunderbar. Schauen wir dann jetzt gleich nochmal eben. So, auf geht's, ab geht's, oder? Ich glaube, mitten im Stress, oder? Hier direkt. Einsatz geladen. Elf Minuten noch. Irgendwo höre ich hier was schießen. Ja, da kommen die Mix. Wir brauchen mehr Panzer, Kampfpanzer. Das weiß ich jetzt schon. Kampfpanzer, hier. So. Hier muss noch ein Bunker hin, das weiß ich noch. Aber erstmal brauchen wir Strom, ne? Der kommt schon wieder hier, ne? Mammut sind am Start. Oh, da kommen schon wieder die V2 angeflogen. Aber gut. Schiffe sind zu viele anhanden. Da nutzt sich das Killing gar nicht. Sag ich ja. Ich hab's damals tatsächlich gerne auf der Placy gezockt, muss ich sagen. Ja, ist so verkackt. Ja, okay, wann kann ich denn verkacken? Sag mal, schief's mal los. Ah, da kommen die V2. Ja, schief's. Erstmal einen schön gegen die Mauer setzen. Sehr gut. So. Kampfpanzer. Oh, da kommen die Mammuts. Einer direkt durch ne Mine gefahren. Sehr geil. Wo will denn der hin? Wer will das da? Okay, alles klar. Ah, einer schon platt. Schön. Komm, der überlebt das, der Bunker, oder? Ja, ja, das ist viel zu lang her. Du würdest mir einfach nur gar nicht antworten. Ich weiß das. So. Hier geht hier auf meinen Sammler, ne? So. Müssen wir dem mal hier ein bisschen Stress zurück machen, oder? Was ist los? Geht gar nicht. Mehr Panzer, mehr Panzer. Ach, die Mission. Ja, lustig. Definitiv. Was kommt hier? Mammut. Ein Sammler ist weg. Aber wir haben Rumsen gemerkt. Ey, die sind hier alle umfährt zu mir. Glaubst du das? Die sind hier alle umfährt zu mir. Komm, erstmal ein Schuss. Erstmal ein dicker Schuss. Oh, ich sehe hier gerade. Oh, oh. So, da drauf. Da drauf. Da, 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 da. Mach den Mammut hier den Boden gleich. Komm schon, haut mir den Mammut um. Was ist hier oben rot? Okay. Da steht auch ein Mammut rum. Die V2 müssen erledigt werden, ne? Wo, 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 wo? Oh, au. Ey, die gehen mir da mit Zorn, sagt, ne? Wirklich. Mit Strom ausmachen hier. Ähm, die kriege ich kaum weg, ne? Ja, egal, komm. Macht mal, versucht mal. Ja, da kommen sie dann auch schon wieder. Ey, steh doch da nicht dumm rum und lass dich abknallen. Du weißt, was ich meine? Ja, genau, von da oben dann auch wieder. Jung, jung, jung. So, da drauf. Immer schön die V2 kaputt machen, ne? Oh, warum wird jetzt der Stützpunkt angegriffen? Oh, boof. Ja, hier, weiter, 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 weiter. So, Konstruktion abgeschlossen. Ey, und der ist kraftwerk. Der ist leidend und leidend und leidend. Komm, mach den Mammutpanzer platt. Ey, das ist ja Action. Kommst du, kommst du. Kommst rein, lädst du das Spiel und hast halt einfach Action, ne? Was ist denn los mit dir, Hammer? Hier. Mach mal kaputt da, danke. So, und jetzt, jetzt holen wir den Sammler. Und jetzt holen wir uns den Sammler. Ach, die vier Minuten noch. Ich wette, nach den vier Minuten muss ich irgendwas erledigt haben, oder? Ja, okay, jetzt haben wir den Sammler nicht gekriegt. Der geil passt schon. Stellen wir uns mal ein bisschen besser hin. So, und ganz wichtig, jetzt hier mal erkunden, Hammer. So, ist ja alles klar. Ah, der Panzer hat sich auch schon als Bunker hingestellt. Das ist gut. Meine Sammler gehen da oben schon hin. Okay, der ist platt. Äh, hab damals immer massenweise Minen verteilt. Ja, hatte ich am Anfang mir auch gedacht. Hab hier oben ein paar Minen hingesetzt. Sind gegen die Mammuts ja tatsächlich schon sehr hilfreich. So, die Sammler sollen jetzt mal da hingehen. Weiß nicht, warum die hier oben abhängen. Okay, da kommen ein paar. Ich hab irgendwo eine Lösung für solche. Nein, alles gut, Hammer. Alles gut. Wir mögen die Action und wir mögen das verlieren, oder? Wunderbar, das passt. So, da drauf. Genau, gut. Ihr geht da hinterher. Noch eine Minute. Der sagt das so energisch. Ich glaub, da passiert tatsächlich irgendwas, oder? Ich glaub, da passiert gleich irgendwas. So, jetzt machen wir mal noch ein Sammler. Sicher ist sicher. Ja, warum steht denn hier eine V2 rum? Mach die platt. Das war jetzt aber noch ein Stress zum Schluss, oder? Das war nur ein Stress. Okay, ich seh sogar diesmal laufen die Videos wieder ohne schwarze Balken. Sehr cool. Effizienz 0. Ich glaub, der will mich einfach verarschen, oder? Effizienz 0. Der will mich verarschen. Woanders kann ich mir das nicht mehr vorstellen, ne? Kinderspiel. So. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020